so und da geht es auch schon los nur zu zweit ich hoffe mal ich reiße das mit ihnen hier und patrouille 20 31 beschloss aac und cfa das ist der letzte patrouillenbereich kommunikationsgerät hauptquartier hört ihr mich ja wir hören kommunikation steht und unten haben wir so ein schild reingesetzt heißt also in einem schiffen radius hat man hier ein schiff und das wird uns dann schützen mitten auf der straße liegt eine leiche aber kein anzeichen von flüchtlingen ein infektor wie kommt ein infektor so nah an ein flüchtlingslager warte mal ich reiß das mit ihnen hier schnell da aktiviere den sender und von verschmutzung aber keine flüchtlinge das ist kein gutes zeichen so der gibt uns jetzt schutz da haben sie schon im bereich ich hoffe ich habe die andere leute hier auch nicht vergessen okay wir sind ja und dann kommen wir weiter ich weiß nicht ob man den abblick zeigt von der minute hier ist alles infiziert aber es sieht diesmal besser aus mit dem herrn hier ich warne die cfa die flüchtlinge sind also wir müssen sie loswerden sobald wir sie sehen desinfektion des bereichs vorbereiten jawohl sir entdeckung wir haben den nation bravo hier bravo hier wir sind vor diesen dingern umzingelt wir sind umzingelt wir sind umzingelt sieh auf den Zug auf den Zug Deckungsfeuer raus da alle meine raus da Zentrale Alpha hier wir haben Feinkontakt wiederhole wir haben Feinkontakt unerwarteten Feinkontakt erbitten Unterstützung für sofortige Rückkehr das ist ein beauty ah das gehört so wiederhole die Seite ist ein Desaster reißt euch zusammen das ist keine gewöhnliche Patrouillenmission das ist aber kümlich ja bereite das Gerät vor boah das ist immer das Beste hier der Kopflose macht so aber Ärger hier wie lange das Schild steht das weiß ich jetzt nicht aber ich weiß wie es hier ein Schild ist wo man muss auch jetzt in die Uplinkzeit ich muss auch noch mal rein hier ein bisschen Ah, das gefällt mir das sehr. Und der gefällt mir das auch noch. Das funktioniert zu zweit. Ich hab etwa eins. So, direkt. Ah, komm schon. Wird geladen! Wird geladen! Es scheint alles klar zu sein. Gehen wir zu dem Gebäude da. Ah, nice. Das ist Muni. Schönes Ding. Nachladen. Okay. Muni ist voll. Ausrüstung wurde repariert. Schönes Ding. Okay, man kann hier Ausrüstung reparieren. Sonst gibt es hier aber nichts mehr. Ja. Das wird verdammt ernst. Ja, das wird ernst. Ja, das wird ernst. Ja, das wird ernst. Wird geladen! Ah, okay. Ich hab da gerade was eingesammelt. Schönes Ding. Die Überlebenden wurden infiziert, nachdem sie isoliert waren. Ignoriert sie! Spart eure Munition! Wird geladen! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich hab mich gestorben! Oh nein! Oh nein! Wird geladen! Wir haben ihre Coquants gefunden. Ich weiß nicht, wie es um sie steht, aber so können wir die Zivilisten nicht fütten, die keine Impfstoffe gekriegt haben. Die Infektion breitet sich zu schnell auf. Die Philippinen scheint nicht mehr sicher zu sein. Ja, vergessen wir die Patrouillen. Wir sollten hier verschwinden. Wird geladen! Wird geladen! Okay. Scheint ganz easy zu sein. So. Da musst du dran glauben. Okay. Keine Rüstung zu reparieren. Warte alles. Oh, fuck. Wird geladen! 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 Da wird hier ein Schutzbereich reingehen. Wird geladen! Wird geladen! Na. Wird getran! Wird geladen! Wird geladen! Bitch. Töne tahe! Wird geladen! Die hat schon was. Entdeckung! Oh ja, jetzt ist das aber krieg ich hier. Entdeckung! Boah, das hat mich umgehauen. Wird geladen! Wird geladen! Wird geladen! Ich werde mich nicht mehr verletzen. Was zum Teufel? Die Straße ist blockiert. Schieb die Kiste aus dem Weg. Ihr anderen gebt Deckungsfeuer. Wird geladen. Ich sehe eine Tankstelle auf zwölf Uhr. Es ist der letzte Bereich. Wird geladen. Nice. Wird geladen. Aktiviert den Sender in der Tankstelle. Aktiviert den Empfänger. Sie kommen. Hauptquartier. Könnt ihr Verstärkung schicken? Jetzt nicht. Aber eine andere CFA Erkundungseinheit wird bald da sein. Ach ne. Wir müssen jetzt nur bis dahin überleben. Zwei Minuten überleben. Gott, aber ich will schon mal ihn aufstehen. Dann sind wir schon mal frei. Wird geladen. Brüder, wir scheinen Gesellschaft zu kriegen. Aufgepasst. Ihr könnt nicht wissen wo sie herkommen. Haltet die Augen auf. Wird geladen. Wird geladen. CFA hier. Könnt ihr uns hören, AAC? Wir sind unterwegs. Begarten auf Kühlschläger. Oh ja, ich habe mal rief ihn Oh, jetzt habe ich mich hier Oh, lass uns durch hier. Nein, ich sterbe. Nein, ich sterbe. Boah, ich habe aber viel gewonnen. Entdeckung! Das war's gelade. Boah, der Züge! Wird geladen! Boah, freu! Freu, freu! Wir sind an der Tankstelle. Wir sehen euch, AAC. Nein. Ja, noch geschafft. Eieiei. Das war gar nicht so. Unsere nächste Mission scheint festzustehen. Mission erfolgreich. Nein, tschüss. Was bekommen wir? Nice. Eine Pistole. Eine Pistole bekommen. Das freut mich sehr. Okay. War das genauso spannend, so spannend wie für mich? Dann bleibt ihr mal bei diesem Kanal. Ich sage, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.